Wir probieren es aber trotzdem mal von null Ja, ich wusste es nicht mehr und dann wird er so schnell hingeworfen So nach dem Motto, ja, das weiß ich doch bestimmt Nein, natürlich nicht Jetzt kommt nochmal Let's go Was Level haben wir? Okay, only no, GG Level ist so semi, Gameplay finde ich ein bisschen buggy Es macht Spaß, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, dann frustriert es halt Aber, over all, halt ein ganz cooles Level Müssen noch ein bisschen optimiert werden am besten Wir haben 148 Versuche, also ganz entspannt So normales Easy-Deam würde ich sagen